Hallo zusammen, beim Bitcoin-Spot-ETF hat es wohl in den vergangenen Tagen einige entscheidende Durchbrüche gegeben und wie es aussieht, wird der Bitcoin-Spot-ETF tatsächlich genehmigt werden. Und das Datum wird wohl zwischen dem 5. und dem 12. Januar liegen und so nach und nach werden die Zweifel immer kleiner und die Gewissheit steigt langsam und damit auch die Vorfreude. Und in den letzten Wochen hat es scheinbar zwischen der SEC und den ETF-Herausgebern einen, man kann es eigentlich nicht anders sagen, sehr produktiven und offenbar auch sehr konstruktiven Austausch gegeben. Zumindest wenn man Quellen auf Twitter vertrauen kann, die sich mit der Sache auskennen und die recht gut informiert sind normalerweise. Und da wäre zum einen dieser Tweet hier, der sich auf ein von der SEC selber veröffentlichtes Meeting-Protokoll bezieht, wo zwischen der SEC und BlackRock und der Nasdaq Detailfragen bezüglich des Bitcoin-Spot-ETF geklärt wurden. Und ein solches Treffen erscheint mir persönlich irgendwie komplett widersinnig, wenn die Genehmigung des ETFs jetzt irgendwie noch offen wäre. Und ich meine, warum trifft man sich jetzt mit externen Beteiligten wie der Nasdaq und spricht dann über Einzelheiten, wenn man gar nicht vorhätte, den ETF wirklich in die Tat umzusetzen. Und zum anderen dann dieser Tweet von Bob Lukas hier, wo es darum geht, dass nun auch BlackRock zugestimmt hat, die sogenannten In-Kind-Creations zugunsten von Cash-Creations aufzugeben. Und das Thema ist jetzt eher so ein finanztechnisches oder sagen wir mal verwaltungstechnisches Thema, bei dem es darum geht, welcher System-Teilnehmer tatsächlich die Bitcoins kauft und verkauft für den ETF. Und die Frage ist wohl, ob das BlackRock jetzt selber macht oder ob das die Partner selber machen, also zum Beispiel die Banken, die den ETF tatsächlich vor Ort verkaufen. Und das hat dann wohl irgendwie steuerliche und auch regulatorische Konsequenzen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir das mal angesehen und ich könnte das jetzt auch erklären, aber im Grunde läuft es nur darauf hinaus, dass der ETF dadurch irgendwie etwas mehr, sagen wir mal Rechtssicherheit bekommt. Und dadurch aber eben auch der Aufwand für den ETF-Betreiber steigt und damit dann eben auch die Verwaltungskosten. Und das braucht man meiner Meinung nach nicht, sich jetzt wirklich mit zu befassen. Es ist tatsächlich eben einfach überhaupt kein Showstopper für den ETF. Jedenfalls halte ich nach all dem eine Ablehnung des ETFs inzwischen für so unwahrscheinlich, dass ich dieses Szenario inzwischen gar nicht mehr groß einplane. Und damit ist für mich auch der große Crypto-Crash vom Tisch, den ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, für den Fall, dass es tatsächlich eine Ablehnung gegeben hätte. Und da habe ich schon mit einer Korrektur von mindestens 30, wenn nicht sogar 50 Prozent gerechnet, also runter auf 25.000 Dollar locker. Das wäre also auf jeden Fall drin gewesen. Und das eben auch nicht nur für Bitcoin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob jetzt das Halving und die Zinssenkungen der FED den Kurs dann noch nennenswert wieder hochgetrieben hätten. Jedenfalls das ist für mich in meiner Planung erstmal vom Tisch. Und damit ist auch klar, das Thema Bitcoin ETF nähert sich langsam seinem Ende. Und es wird jetzt in den nächsten Wochen meiner Meinung nach mehr und mehr ausfäden. Und dann kommt bald wahrscheinlich ein neues Thema. Und das werden wir ja dann noch sehen, was das so ist. Aber für den Kurs heißt das jetzt, dass der ETF im Großen und Ganzen schon eingepreist ist. Und die 45.000 waren jetzt erstmal das lokale Top. Und sicher kann es von hier aus auch nochmal hochgehen. Auch irgendwie sogar richtig viel. Aber die Bitcoin Long Position, die ich für den ETF vor ein paar Wochen aufgemacht habe, die ist jetzt so langsam wie so eine richtig schöne fette Weihnachtsgans fertig gebacken. Und kann jetzt allmählich aus dem Ofen rausgeholt werden. Und schauen wir uns doch mal an, wo die Position jetzt gerade so steht. Und hier ist das Schaubild aus meinem Curve USD Leverage Tutorial. Und so sah die Position tatsächlich am Anfang aus. Mein Invest war 1000 Dollar. Und jetzt mal nebenbei, das hier ist natürlich nicht meine echte Position. Die ist tatsächlich schon ein bisschen größer. Und für 1000 Dollar wird sich, glaube ich, der ganze Aufwand hier wirklich nicht lohnen. Demnächst, ich denke mal, also ich nehme demnächst mal größere Zahlen. Weil mir macht das so, ehrlich gesagt, eigentlich gar keinen großen Spaß. Und irgendwie wirkt das Ganze auch so ein bisschen unrelevant. Also, naja, mal sehen. So, und das hier ist also jetzt meine Long Position auf Bitcoin. Und mit einem Fünffachhebel. Und das sieht man hier rechts in der Spalte. Das ist also meine Einlage von 1000 US Dollar. Und zusätzlich habe ich mir noch 4000 Dollar als Darlehen geholt. Also die Gesamtposition 5000 Dollar ist die jetzt insgesamt. Und damit fünfmal größer als mein eigener Einsatz. Also Fünffachhebel. Und dafür habe ich Bitcoin dann gekauft im Wert von 5000 Dollar. Oder besser gesagt Curve hat das für mich gemacht. Und das ergibt dann insgesamt 0,137 Bitcoin. Und das sieht man hier links. Und der Kurs stand damals auf ungefähr 36.000 Dollar. Und das steht jetzt hier oben rechts. So, und schauen wir mal, was jetzt aus der Position geworden ist. Und wenn ich jetzt hier bei Curve nachsehen würde, dann stünde da direkt mal, dass mein Darlehen um 34 Dollar gestiegen ist. Und das muss ich jetzt natürlich auch in meine Position aufnehmen. Und da sieht man hier, dass sich auf der rechten Seite erstmal das Darlehen um 34 US Dollar erhöht hat. Und das sind Zinsen. Die habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal also Minus gemacht. Und das schreibe ich hier auch hin. Und zwar als Verlust. Und aktuell ist der Kurs ja auf ungefähr 43.000 Dollar gestiegen. Und das heißt, meine Position auf der linken Seite ist jetzt auch im Wert gestiegen. Nämlich auf insgesamt 5905 US Dollar. Und das bedeutet, ich habe im Vergleich zu den ursprünglichen 5000 Dollar jetzt 965 Dollar Gewinn gemacht. Und den schreibe ich jetzt auf die rechte Seite eben als Gewinn, als Plus. Ich habe also, wenn ich jetzt die Zinsen abziehe, immer noch mehr als 900 Dollar Gewinn gemacht. Und meine Investition von 1000 Dollar, also quasi fast verdoppelt. Also 90% Gewinn in weniger als 8 Wochen. Und das kann sich, wie ich finde, auch ganz schön sehen lassen. Und übrigens die Zinsen von 34 Dollar, die waren wirklich ein Schnäppchen im Vergleich dazu, wenn ich das jetzt bei GMX oder so gemacht hätte. Weil die Funding-Fee für diese Position mit dem fünffachen Hebel, die wäre so bei ca. 280 Dollar gewesen bei GMX. Und der Gewinn läge dann nicht bei jetzt 90%, sondern nur noch bei 60% oder so, jedenfalls grob gerechnet. Und schade ist jetzt nur, dass man bei Curve keinen Stop-Loss setzen kann. Und daher muss die Position jetzt auch mal langsam da weg. Also die Frage ist jetzt, wie man das Ganze auflöst und wo man jetzt hingeht und einfach aussteigen, ist da für mich auf jeden Fall eine Option gewesen. Aber das wäre irgendwie schade, wenn es jetzt doch nochmal hochgehen würde. Und auf der anderen Seite rechne ich aber in den nächsten Wochen auf jeden Fall damit, dass sich irgendwann auch dieses Narrativ vom Bitcoin-Spot-ETF aufbrauchen wird. Und dass jetzt nach und nach auch die Euphorie verfliegen wird. Und da können zum einen erstmal tatsächlich die Konditionen des ETFs so schlecht sein, dass Zweifel aufkommen. Oder dass die tatsächlichen Zuflüsse in den ETF am Anfang deutlich hinter den Erwartungen liegen. Und irgendwas in dieser Art wird da jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall kommen. Aber viel wichtiger ist, dass jetzt so viele Investoren, die nur wegen des ETFs im Markt sind, so dick im Plus sind, dass es ganz sicher auch Gewinnmitnahmen geben wird. Und dass das nächste Narrativ ja irgendwie auch schon vor der Tür steht. Und das wird meiner Meinung nach ganz sicher der Ethereum-ETF sein, der wahrscheinlich schon sehr, sehr schnell kommen wird. Und wenn man sieht, wie Ethereum in den letzten Wochen hinter Solana und Bitcoin zurückgeblieben ist, dann gehe ich jetzt davon aus, dass Ethereum einfach, sagen wir mal, dieselbe Zielgruppe anspricht wie Bitcoin. Und Bitcoin eben im Rampenlicht steht. Und daher denke ich, dass spätestens Anfang Januar Geld von Bitcoin nach Ethereum umgeschichtet wird. Bullisch bin ich auf jeden Fall, was Krypto insgesamt angeht, weil der ETF wird definitiv auch Zuflüsse produzieren. Und BlackRock hat ja ein riesiges Netzwerk. Und wenn da die Vertriebsmaschine erstmal so richtig losgeht, dann kommt da auch irgendwas rein. Und das frische Kapital wird dann sicher auch in Richtung Bitcoin fließen. Aber das wird eben nicht sofort passieren, sondern eher langfristig passieren. Und das Halving und die Zinswende, die werden da auch schon irgendwie mithelfen. Aber die, die jetzt schon drin sind, die werden das nächste Narrativ suchen. Und das könnte ein Ethereum-ETF sein. Und wenn ich mir die Underperformance von Ethereum in den letzten Wochen anschaue, dann glaube ich, da ist jetzt noch nicht wirklich großartig irgendwas von eingepreist. Und vor allem nicht das nächste Narrativ für Ethereum, das ich persönlich schon sehe. Und das wird meiner Meinung nach alles in den Schatten stellen, was wir bisher hatten. Aber das erzähle ich dann mal in einem meiner nächsten Videos. Also, ich werde jetzt meine Bitcoin-Position mit einem Stop-Loss absichern und nach und nach Gewinne in Ethereum umschichten. Insbesondere, wenn der Stop-Loss wirklich ausgelöst wird, dann schiebe ich alles rüber nach Ethereum in eine neue Long-Position mit Hebel. Und meinen Stop-Loss werde ich jetzt konsequent leicht unterhalb der zweiten Support-Linie setzen. Also, das wäre jetzt in diesem Fall hier bei ungefähr 40.000 US-Dollar. Und hier hat sich ja in den letzten Tagen ein neuer Support bei etwas über 42.000 gebildet. Und damit ist für mich der alte Support bei 38.000 erstmal nicht mehr interessant. Wenn der Kurs also jetzt unter die 40.000 fallen sollte, dann würde ich die Position auflösen und auch den Gewinn mitnehmen. Und dann bei Gelegenheit alles in eine ähnliche Ethereum-Position umschichten. Und wenn der Kurs jetzt aber noch weiter hochgehen sollte, dann würde ich erstmal den Stop nachziehen, wenn sich zum Beispiel eine neue Support-Linie bilden sollte. Und dann werde ich den Stop immer knapp unter der zweiten Support-Linie halten, bis ich endgültig ausgestoppt werde und dann auch alles umschichten nach Ethereum. Und über die Ethereum-Position muss man dann meiner Meinung nach nochmal separat nachdenken. Und das mache ich dann einfach später in einem der nächsten Videos. Nur leider kann ich eben keinen Stop-Loss bei Curve setzen. Und deshalb muss ich mir jetzt eine neue Plattform suchen, bei der das geht. Und da bieten sich jetzt vor allem Plattformen an wie GMX oder HMX, wo man das Ganze einfach einrichten und später auch sogar easy anpassen kann. Aber die laufenden Kosten sind mir im aktuellen Umfeld eigentlich immer noch viel zu hoch. Also Funding-Rates von 80% bis teilweise 180% pro Jahr, das ist deutlich über dem, was in anderen Märkten so üblich ist. Da sind ja eigentlich 20 bis 30% schon ziemlich Extremwerte, aber 80. Und da musste ich wirklich nochmal schauen, was es eigentlich für Alternativen gibt. Und zum einen gibt es da hier dieses Rage-Trade. Das ist eine recht neue Plattform, die ist ein Perp-Dex-Aggregator. Also ähnlich wie zum Beispiel One-Inch bei Dexes kann man sich hier die Plattform raussuchen, wo die Funding-Rate am niedrigsten ist. Aktuell ist das Projekt allerdings noch in der Testphase und unterstützt auch eh nur zwei Plattformen, nämlich GMX und Synthetix. Aber immerhin ist es sogar schon mal Cross-Chain auf OP und auf Arbitrum und es gibt hier auch alle möglichen Assets. Leider gibt es hier aber keine Stops und das Ganze klappt auch nur mit einem Invitation-Code, den bekommt man bei denen im Discord. Muss man einfach nur fragen. Immerhin, das Projekt hat noch keinen Token und könnte also bald einen Airdrop machen, wenn man sich damit jetzt befasst. Ich habe es aber für meinen Zweck jetzt erstmal ausgeschlossen. Ein zweites Projekt ist Bumper, auch ziemlich neu. gerade erst vor ein paar Tagen gelauncht und hier kann man sich eine Versicherung kaufen, dagegen, dass der Kurs unter einen bestimmten Preis fällt, den man sich sogar noch selber aussuchen kann. Und das wäre ja eine sehr simple Art, eine Stop-Loss. Es würde also auf jeden Fall funktionieren. Aber auch dieses Projekt ist mir ehrlich gesagt noch zu neu und es unterstützt auch eigentlich nur Ethereum zurzeit. Kein Bitcoin kann ich also eh nicht brauchen. Und so wie ich das verstehe, gibt es auch hier wirklich keine Hebelposition. Stattdessen bekommt man einen sogenannten gebumperten Token für seine Einlage. Also so nennen die das halt. Und also würde man zum Beispiel einen Ether einlegen, dann bekäme man einen Bump Ether zurück. Und dieser Ether wäre dann so, dass er nur bis zu einem bestimmten Wert im Preis fallen kann. Klingt erstmal ziemlich Banane, ist aber eigentlich total genial. Vor allem als Collateral zum Beispiel bei Aave, wenn das da mal unterstützt wird eines Tages. Also ein solcher Token könnte quasi niemals liquidiert werden, wäre also die perfekte Besicherung für ein Darlehen. Und man könnte quasi einen super hohen Loan-to-Value ansetzen, so im Bereich von ungefähr 100%. Ist ein super Projekt. Leider sehr, sehr früh. Schaue ich mir weiter an. Eignet sich aber auch nicht für das, was ich jetzt gerade vorhabe. Dann gibt es hier noch bei DeFi Saver eine Möglichkeit, zeitgehebelte Positionen einzustellen, die dann bei Aave liegen. Und über deren System würden dann eben die Stop Losses und Take Profits abgewickelt. Also die überwachen den Preis und würden die Positionen dann automatisch auflösen. Und das Tool ist genial einfach zum Nutzen. Bietet eigentlich alles, was ich brauche für meine Idee. Aber was, wenn sie jetzt die Stop Loss einfach nicht auslösen oder zu spät? Und das Ganze ist mir zu unsicher. Vor allem, weil sie das in den FAQ auch selber schreiben, dass je nachdem, wie die Marktumstände sind, die Stops eben nicht wirklich ausgeführt werden können. Das ist was, wo die jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel dafür können. Es hängt ja von Gasgebühren ab, von irgendwelchen Lags im Netzwerk usw. Aber ich würde jetzt hier quasi eine dritte Partei einbeziehen, die ich noch nicht wirklich ausprobiert habe. Das würde ich jetzt also auch erstmal nicht so gerne einführen in der jetzigen Situation, sondern mal vorher in Ruhe ausprobieren. Und dann gibt es hier noch Good Entry. Das ist ein richtiger Prep Dex, der aber ohne Liquidierung arbeitet. Man kann hier also einfach nicht liquidiert werden. Jedenfalls nicht über den Preis. Und man eröffnet hier eine Position, kann man auch mal mit 10-fach hebeln oder sogar noch mehr. Und wenn man dann im Plus liegt, dann bekommt man auch den vollen Gewinn ganz normal. Aber wenn die Position gegen einen läuft, dann macht man tatsächlich kein Minus unter dem Eröffnungskurs. Und die Position ist also quasi nach unten voll abgesichert. Und das klingt ehrlich gesagt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und die Haken sind hier tatsächlich die laufenden Kosten, weil die Finanzierungskosten so hoch sind, dass die Position innerhalb kürzester Zeit von den Finanzierungskosten aufgefressen wird. Und dann wird man eben doch liquidiert. Und das kann hier manchmal Wochen dauern, aber eben auch schon mal nur wenige Tage, je nach Marktsituation. Und das bringt mir aktuell nicht besonders viel. Das würde ich erst einsetzen, wenn ich Positionen habe, die ich mal nur für ein oder zwei Tage offen haben möchte. Oder sogar nur für wenige Stunden. Ist vielleicht auch eine coole Plattform für Stay Trading. Aber für meinen Zweck hier kommt das Ganze nicht in Frage. Und am Ende habe ich jetzt noch kurz überlegt, die Positionen hier nach Drift umzuziehen. Und das ist ein Perpdex, der auf Solana läuft. Und der hat eben noch kein Token. Und auf Solana ist ja gerade Airdrop Season. Man muss da also so ein bisschen knobeln, wie man seine Position rüberkriegt und wie man diese Assets bridget. Aber vielleicht kriegt man ja dann für die ganze Mühe als Belohnung einen Airdrop, wenn man hier eine Position aufmacht. Und ich habe das aber dann doch nicht gemacht, weil ich jetzt keine Lust hatte, hier noch mehr an Komplexität in meine eigentlich ziemlich simpele Position reinzubringen. Und ich setze jetzt stattdessen einfach auf GMX, weil es eben schon erprobt ist. Und ich fühle mich damit dann eben auch am wohlsten, jetzt vor allem über die Feiertage, wenn ich nicht so viel auf die Sachen drauf gucke. Und hier ist also jetzt meine Position. Ich habe dabei einfach alles eins zu eins umgezogen. Also mein Collateral von circa 1900 Dollar. Da ist ja mein Gewinn mit drin. Und dann auch eine Gesamtgröße, Positionsgröße von 0,137 Bitcoin eingestellt. Und das liegt hier jetzt ein bisschen drüber. Also bei 0,14, weil sich das einfach hier nicht so exakt einstellen ließ. Und den Stop Loss, den habe ich auch schon eingetragen. Knapp unter der 40. Und den werde ich jetzt immer schön nach oben ziehen, wenn sich hier eine neue Support Linie im Chart bildet. Und wenn der Kurs jetzt fällt und der Stop dann auch irgendwann ausgelöst wird, dann schichte ich um in eine neue Long-Position mit Ether. Aber das ist ja jetzt eben ein neues Thema. Und das muss ich jetzt auch eben nicht sofort machen. Wichtig ist es nur, dass wenn der Stop erstmal erreicht ist, dass ich hier jetzt nicht so FOMO-mäßig wieder reingehe, weil alles trotzdem hochgeht, sondern jetzt über die Feiertage dann zufrieden bin mit meinen 90% Rendite und mir das ganze Drama bei einem Glühwein dann in Ruhe von der Seitenlinie anschaue. Jedenfalls bin ich jetzt erstmal gespannt, wie das ganze ETF-Thema sich in den nächsten Tagen entwickelt. Kriegen wir jetzt noch eine Rallye vor der Genehmigung oder wird es jetzt größere Gewinnmitnahmen geben? Das wird, finde ich, auf jeden Fall total spannend. Und ich wünsche euch erstmal alles Gute, frohes Fest, bis bald. Tschüss!